Ach Ryanair, du kannst nicht sagen, dass ich nicht an dich geglaubt habe. Ich habe drei Jahre lang an dir festgehalten, aber irgendwann musste ich einfach den Schlussstrich ziehen. Es tut mir auch leid. Vielleicht im nächsten Leben nochmal. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und ich mache immer am Ende eines jeden Jahres ein Video mit meinen fünf Top-Aktien und meinen fünf Flop-Aktien des jeweiligen Jahres und erzähle so ein bisschen über meine Beweggründe, diese Aktien weiterhin zu halten oder eben aus dem Depot wieder rauszukicken. Kommen wir erstmal zur schlechtesten Aktie, die ich überhaupt dieses Jahr in meinem Depot gehalten habe, und zwar die Cannabis-Aktie The Green Organic Dutchman. Ich hatte ja bereits im letzten Jahr, als ich dachte, fälschlicherweise, dass der Cannabis-Hype so seinen absoluten Tiefpunkt erreicht hat, mir einige Cannabis-Aktien ins Depot gelegt. Doch leider ging es danach nochmal deutlich runter. Vor allem natürlich bei einerseits Aurora Cannabis, aber auch bei The Green Organic Dutchman. Und dummerweise war ausgerechnet dieser Wert, den ich am längsten analysiert hatte und den ich auch am meisten Potenzial zugerechnet habe, weil er sich eben noch in so einer Unternische dem organischen, also biozertifizierten Anbau von Cannabis und Cannabis-Produkten gekümmert hat. Da dachte ich nämlich, bin ich hier gleich auf zwei Trends mit dabei in Zukunft. Einerseits dem Trend halt, dass Cannabis irgendwann legalisiert wird. Und auf der anderen Seite nochmal dem Aspekt davon, dass für die meisten von diesen Unternehmen es ja nicht das Geschäftsmodell ist, dass sie einfach ein bisschen Gras anbauen und dann das in so kleinen Päckchen wie beim Dealer um die Ecke irgendwie verkaufen, sondern dass sie das natürlich mit einer Verbesserung der Marge eben noch in andere Produkte, Lifestyle-Produkte, Kosmetika, Tees und so weiter mit einbauen können. Und da dachte ich mir, dass eben gerade für Unternehmen, die eben auch im Cannabis-Sektor investieren, also sei es jetzt Tabakkonzerne oder auch Getränkekonzerne oder irgendwelche Pharmakonzerne, eben, dass die gerade auf die Qualität des eigentlichen Produktes massiv Wert legen und deswegen, dass ich hier mit diesem Bio-Unternehmen eben besonders gut dastehen werde. Und deswegen habe ich gerade eben bei The Green Organic Touchment auch am meisten investiert von den Cannabis-Investments und bin damit am meisten auf die Schnauze gefallen, nämlich insgesamt mit minus 65%. Aber dadurch, dass dieses Investment natürlich allgemein sehr spekulativ ist, habe ich hier natürlich insgesamt nicht so eine riesige Position aufgebaut. Trotzdem macht es immerhin einen schmerzhaften Verlust von 2,3.000 Euro, der natürlich nach wie vor in den Büchern mit drin steht. Und ich betrachte übrigens jeden Verlust, den ich irgendwie gerade habe, auch als tatsächlichen Verlust und nicht erst dann irgendwie, wenn ich den tatsächlichen Verkauf oder so realisiere, sondern ich stelle mir immer zu jedem Zeitpunkt die Frage, macht es noch Sinn, diese Aktie weiterhin zu halten oder nicht? Und jetzt gab es ja unter Joe Biden einen regelrechten Hype, also beziehungsweise unter der Wahl von Joe Biden einen regelrechten Hype. Und deswegen sind auch manche von meinen Top 5 Aktien, die ich in den nächsten Tagen vorstelle, auch in dem Cannabis-Sektor. Das heißt, ich habe hier zumindest geschafft, eine ganz gute Diversifikation zu erreichen. Und so ein bisschen ist auch mein Investment-Case aufgegangen, denn Simrise hat ja auch verkündet letztes Jahr, dass sie eine Partnerschaft mit The Green Organic Dutchman für die Produktion von Cannabis-Getränken eingegangen sind. Und hier ist langfristig weiterhin meine Perspektive, dass eben Cannabis irgendwann so flächendeckend legalisiert wird, dass eben immer mehr und mehr Produkte hier auch an den Mann gebracht werden können. Der Umsatz von The Green Organic Dutchman wächst auch richtig, richtig gut, doch leider schaffen sie es noch nicht, damit auch wirklich viel Gewinne zu erzielen, was natürlich unter anderem auch daran liegt, dass sie ziemlich massiv in ihr Wachstum halt investieren. Deswegen, für mich ist das natürlich ein hoch spekulatives Investment, aber ich werde es weiterhin mit genau demselben Ansatz halten, wie ich am Anfang in diese Cannabis-Arg-Unternehmen investiert habe, nämlich breit diversifiziert und eben nicht mich auf ein Unternehmen nur fokussieren, weil das kann eben sonst genauso enden, wie man hier sieht, dass es eben komplett abraucht. Und deswegen muss man da halt immer ein bisschen aufpassen. Ja, kommen wir mal zu meinem dauerhaften Sorgenkind Ryanair, deswegen hier auch hier der Grabstein, rest in peace. Es hätte so schön sein können, war es aber leider nicht, ja. Und deswegen habe ich jetzt mal hier nicht die Rendite beziehungsweise den Verlust von diesem Jahr euch gezeigt, sondern ich habe tatsächlich mal den Gesamtverlust, den ich insgesamt mit Ryanair gemacht habe. Denn das ist eigentlich noch weitaus schlimmer als diese minus 28% und minus 4.000 Euro, was das in absolutem Betrag ausmacht, ja. Denn diese minus 28% sind über einen Zeitraum von drei Jahren insgesamt angefallen. Und jetzt könnte man, wenn man das so sieht, sagen, hey, Kolja, ist doch viel besser, wenn du jetzt so einen Verlust von 28% gestreckt über drei Jahre machst, statt den in einem einzigen Jahr zu machen. Das würde ja bedeuten, dass du in jeweils jedem einzelnen Jahr nicht so viel Verlust insgesamt gemacht hast. Das mag vielleicht auch stimmen und mag vielleicht auch toll sein, wenn man einfach nur immer jede Investition für sich rechnet. Doch diese 4.000 Euro, die ich hier verbraten habe, ja, komplett verballert, hätte ich genauso gut aus dem Fenster werfen können, ja. Die hätte ich ja in den letzten drei Jahren auch in andere Aktien investieren können, ja. Stellt euch mal vor, ich hätte hier das gesamte Kapital von Ryanair damals 2017 in Tesla investiert, ja. Hätte, hätte Fahrradkette, denkt ihr euch jetzt, ja. Aber ich will damit nur sagen, dass gerade über einen Zeitraum von drei Jahren natürlich ein Investment dann zu beenden, extrem schmerzhaft ist in diesem Moment. Aber ich muss sagen, das hat mir dann in diesem Fall auch nicht sonderlich schwer gefallen, die Aktie zu verkaufen. Einerseits, weil ich natürlich andere Optionen hatte, die für mich interessanter waren und andererseits aber auch aus dem Grund, da sie im Corona-Crash richtig runtergeprügelt wurde, logischerweise aufgrund der Lockdowns sind ja über 90 Prozent der gesamten Flugzirkulationsverkehrs und so weiter eingebrochen, sie sich aber wieder einigermaßen erholt hat und ich sie dann so bei 12,65 Euro oder so insgesamt verkauft habe, ja. Das Problem von Ryanair ist einfach, ja, es ist eine Airline und viele haben ja immer schon gesagt, Airlines sind schlechte Investments, aber Ryanair ist einfach ein sehr profitables Airline-Unternehmen gewesen, war immer der absolute Kostenführer mit einem geilen Burggraben, mit einem absolut visionären CEO, der dann auch noch den Vertrag glücklicherweise verlängert hat und das Problem ist aber, dass erst natürlich der Brexit kam, jetzt kam natürlich noch das Ganze mit Covid-19 und das hat für mich einfach so ein bisschen so diesen Lerneffekt gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ein Unternehmen kann noch so geil sein und ein Unternehmer in diesem Unternehmen noch so gut sein, wenn er einfach in einer sehr schwierigen Branche ist, die so zyklisch ist und die von so vielen Regulierungen und so weiter ständig abhängt, dann ist es einfach verdammt schwierig, damit langfristig profitabel weiterhin als Aktionär eben teilzuhaben. Deswegen musste ich mit viel Tränen eben die Aktie verkaufen, so ist eben das Leben, ja, Verluste gehören nun mal dazu, ja. Dann zwei andere Aktien, die ich auch eben, weil es beide schon verkauft habe, das heißt von all diesen ganzen Aktien bisher habe ich alle verkauft außer The Green Organic Touchman, ja. Fuchs Petrolop und Unilever. Fuchs Petrolop minus 11,6 Prozent, also minus 500 Euro. Unilever minus 11,3 Prozent, minus 600 Euro. Also ich bin immer heilfroh, dass diese richtig großen Verluste nicht bei meinen aktuell richtig großen Positionen passieren, sonst wird es halt hier mal richtig brennen, ja, und dann werde ich noch mehr heulen. Aber Unilever und Fuchs Petrolop hatte ich beide eigentlich gekauft unter dem Aspekt einer mittel- bis langfristigen Dividendenstrategie, wo ich vor allem auf Dividendenwachstum gesetzt habe. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Videos damals auch mit Christian Röhl. Nur habe ich leider, seitdem ich diese beiden Unternehmen im Depot besitze, nicht allzu viel von diesem Dividendenwachstum merken können. Und ich muss auch sagen, wenn ich mir die Unternehmen Fuchs und Unilever beide anschaue, dann ist das einfach insgesamt viel zu wenig Wachstum, was da aktuell an Umsätzen und so weiter rüberkommt, sodass selbst wenn das Dividendenwachstum etwas höher hier ausgefallen wäre, ich trotzdem insgesamt nicht unbedingt sehr begeistert war über das Wachstum der Umsätze und Gewinne der beiden Unternehmen im entsprechenden Zeitraum, ja. Und jetzt muss man natürlich auch noch mit dazu sagen, dass wenn man so eine neue Strategie wie für mich die Dividendenstrategie in einem Depot mit austestet und man immer wieder ständig aber diese ständigen, nervigen Kommunikationen mit dem Steuerberater und so weiter hat wegen den Dividendengutschriften, dann fragt dann der Steuerberater, ja, willst du jetzt diese Hälfte von den Quellensteuern wieder zurückfordern? Oder wie ist das jetzt? Da musst du irgendwelche neuen W8-Ben-Formulare ständig ausfüllen, weil du da irgendwie wieder 12 Euro irgendwo im Quartal irgendwie wieder zurückfordern kannst? Und all diesen ganzen Käse, das ist einfach, muss ich ganz ehrlich jetzt realisieren, nicht meine Art von Investment, sodass ich tatsächlich diese Dividenden immer eher als störend empfunden habe, die mich irgendwie immer so piesacken, wie so kleine Moskitos irgendwie von der Seite, mit denen ich mich in dem Moment dann auseinandersetzen muss, ja. Und manchmal ist es halt eben auch eine Sache, die man erst dann danach realisiert, wenn man sowas erstmal selber ein bisschen durchgetestet hat. Klar, in meinem ursprünglichen Alltagsdepot, wo ich privat auch viele Aktien halte, da sind auch Dividendenaktien dabei, wie McDonalds und so weiter, ja. Aber trotzdem ist das hier einfach eine Sache, die ich auch clean trennen wollte mittlerweile und deswegen sind beide Aktien mittlerweile auch wieder rausgeflogen. Der Hauptgrund ist aber nach wie vor einfach der, deswegen jetzt nicht irgendwie gleich alle wieder sagen, Unilever ist doch voll geil und so, warum hast du verkauft? Sondern weil ich einfach andere Unternehmen habe, die ich für weitaus lukrativer halte in Zukunft, in die ich dann jeweils das hier umgeschichtet habe. Also, die beiden verkauft, genauso wie Ryanair und die letzte Aktie, Berkshire Hathaway, die werde ich auf jeden Fall nicht verkaufen, auch wenn sie in diesem Jahr ziemlich schlecht abgeschnitten hat mit minus 9,45 Prozent, was ein Minus von 600 Euro bedeutet, ist sie insgesamt bei mir im Depot jetzt, also in diesem Depot, wo ich glaube ich bei 152 Euro eingestiegen bin, mit einer sehr, sehr, sehr guten Rendite. Im privaten Depot bin ich sogar schon bei 120 Euro eingestiegen damals, ja. Das heißt, da habe ich noch viel bessere Kurse und auch eine bessere Rendite logischerweise. Berkshire ist einfach nur hier an dieser Stelle jetzt in der Situation, wo das Unternehmen verdammt groß ist und ich finde auch nicht, dass Warren Buffett irgendwie lernresistent geworden ist in seinem Alter. Ich finde, hier unterschätzen viele Leute Warren Buffett ebenso, wie sie damals ihn unterschätzt haben in der New Economy Blase und immer wieder, wenn mal so eine richtige Wirtschaftskrise ausbricht, ja. Ich meine, eine Wirtschaftskrise kann man jetzt sagen, wie zum Beispiel in Covid-Zeiten, fragen sich ja auch viele Leute, warum gibt es eigentlich keine wirkliche Wirtschaftskrise, so wie damals 2008 und so. Der Punkt ist einfach der, 2008 war keine Liquidität da und jetzt ist Liquidität da und das ist immer der alles entscheidende Punkt. Wenn keiner mehr Geld hat, dann kommen sie wieder alle zu Berkshire an und wollen von Uncle Warren Geld haben und deswegen für mich ist einfach Berkshire einfach so ein absolut sicherer Hafen von Investment. Deswegen werde ich die Aktie jetzt auch nicht verkaufen. Trotzdem übergewichte ich sie auch nicht und da bin ich heilfroh, dass ich beispielsweise während des Covid-Crash nicht irgendwie massiv in Berkshire investiert habe, sondern eben massiv in Denneher investiert habe, weil Denneher einfach ein Unternehmen ist, was natürlich ähnlich von der Art und Weise funktioniert, wenn man es auch nicht direkt vergleichen kann, was aber noch wesentlich kleiner ist als eben Berkshire und Berkshire ist eben mit über 500 Milliarden Marktkapitalisierung schon so groß, dass es einfach natürlich auf Dauer schwerfällt, dass die noch irgendwie über dem S&P 500 und so eine Überrendite machen können. Aber trotzdem halte ich die Aktie noch eine ganze Weile hier im Depot und dass natürlich so ein Verlust hier anfällt oder auch so ein Verlust, so ein Verlust, so ein Verlust, ja sowas kann man natürlich auch vermeiden, wenn man generell nicht ganz auf solche spekulativen Werte setzt. Aber wo eben viel Risiko, da auch viele Chancen, genau wie ja zum Beispiel jetzt bei CD Projekt, wo alle ja gerade schon wieder am rumjammern sind, dass eben halt eine Negativnachricht auf die andere folgt und das ist ja alles ein One-Trick-Pony und so weiter, das stimmt auch, aber genauso entsprechend hat man nämlich die Chance auf Rendite, wenn dieses One-Trick-Pony halt eben richtig gut auf einmal wieder zum Beispiel performt, ja. Deswegen mit vielen Risiken kommen auch viele Chancen hier einher und deswegen wollte ich einfach nur nochmal sagen, dass man insgesamt natürlich immer so eine Verlustsituation haben kann mit jeder einzelnen Aktie. Es ist vollkommen egal, welche Aktie ihr habt, am Ende des Jahres kann es auch mal sein, dass das Gesamtdepot hier in so einem Bereich steht. Das kann man eigentlich recht gut vermeiden, außer es ist ein absoluter Super-GAU-Crash am Start, aber durch gute Diversifikation kann man eigentlich es ganz gut vermeiden. Aber trotzdem will ich sagen und da haben wir gerade auch vorhin bei Instagram kommentiert und diskutiert, da haben manche Leute mir geschrieben, dass sie dieses Jahr eine Rendite von 80% im Jahr teilweise haben und ob das realistisch ist, auf Dauer zu erzielen. Und hier kann ich euch nur Folgendes sagen, also ohne jetzt irgendjemand hier zu nahe treten zu wollen, ja. Buffett erzielt auf Dauer in seinen besten Jahren eine Rendite von circa 20%. Klar, da war das Unternehmen auch schon viel größer und es ist natürlich, je größer ein Depot oder ein Unternehmen wird, immer schwieriger auch noch eine hohe Rendite zu erzielen, das ist klar, aber trotzdem, wenn die besten Investoren der Welt ungefähr 20% pro Jahr schaffen über eine längere Zeit, dann ist es ziemlich unrealistisch zu glauben, dass man selber als Privatanleger auf Dauer 80% pro Jahr macht und mehr, ja. Deswegen, man sollte sich immer wieder vergewissern, dass es auch mal sein kann, dass ein Gesamtjahr hier mit so einer negativen Rendite hier man auch abschneidet und dass ich jetzt trotz der Verluste und trotz der aktuellen Situation mit CD Projekt und so immer noch eine gesamt gute Rendite dieses Jahr gemacht habe. Keine Ahnung, wie es irgendwie funktioniert hat, aber ich habe einfach nur Glück, vielleicht weiß ich nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall, denn ich weiß einfach aus der Vergangenheit, dass es eben, und da ist mir noch sehr gut das Jahr 2011 auch in Erinnerung, dass es eben auch mal richtig runtergehen kann ein Jahr, dass man da trotzdem langfristig dabei bleiben muss. Ja, das war es eben auch zu meinen Flop 5 Aktien. Mich würde es natürlich noch interessieren, was waren denn deine Flop 5 Aktien dieses Jahr? Vielleicht war es so gut in diesem Jahr, dass sogar deine schlechteste Aktie immer noch eine Rendite gemacht hat. Dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch im nächsten Video. Morgen kommt übrigens wieder ein kleines CD Projekt Update und dann aber in ein, zwei Tagen danach, muss ich mal gucken, wie ich da Zeit habe, kommen natürlich noch meine Top 5 Aktien, denn da waren natürlich auch noch einige dabei, die zum Glück einiges mehr an Rendite insgesamt erzielt haben, als diese Aktien an Verlust. Okay, das war es für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.